So ihr Lieben, schönen Abend, ab sofort, jeden Donnerstag 21.30 Uhr, werden meine alten Schüler, neuen Schüler und die Sangha-Mitglieder, die einfach Lust dazu haben, Quatschakilla-Jahrpraxis machen, also jeden Donnerstag 21.30 Uhr, schließt euch an, wer weiß was das ist, meditiert mit, macht was ganz aktiv, für den Frieden in uns und für den Frieden in der Welt. Okay, viel Spaß, ciao. Vielen Dank.